Ah, ich bin ne Hexe, dih-lih-lih-lih-lih, ich bin ne Hexe, la-la-la-la. Wer war das denn jetzt? Ja, ich war das. Sofort beide vollen Gas auf diesen Consulting-Stu-Yay. Und, wer ist Jäger? Dreimal darfst du raten. Oh, Alex. Ja, mach das doch nicht so unspannend. Du darfst dreimal raten. Boah, ich krieg Hunger. Da, wo du liegt, ist. Wieso, bist du was zu essen, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Pizza gesehen. Ui. Ich will jetzt mal zum Einsaugen. Oh, der Müller-Hofen hier, ey. Da rollte grad eine Lexi an mir vorbei. So fett bin ich jetzt auch. Boah. Trotz Hunger. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Nein, 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 nein. So geht das. Nein, nein, nein. Genau so geht das. So, nicht anders. Ja, das ist ja nix. muss hier ist doch was hier ist doch was was nix hier muss was sein hat hier angeschlagen da ist nicht warte ich schicke das wohn noch mal nein war das buch oder nicht nein das war es nicht aber hier ist ein täuscht körper ja genau hier wird sehr viel verarsch uns gerade aber bitte krieg ich ja auch noch einen hasen also irgendwo müssen zwei ganz in der nähe sein nein das war gar nicht was du meinst wird eine tasse hierhin nein oh mein gott okay oh mein gott Dass du jetzt eigentlich ziemlich finden musst Ja, aber sowas von Das ist wie hoch Jetzt nicht mehr Jetzt ist es vorbei War mir jetzt doch zu heikel Aber es sah halt gut aus Ja, ja, ja Sehr bequem Also ich hätte mich gar aufgelegt Das war nix Das war wohl nix Zum Schlafen Schön Aber ganz Wird man wieder gerne jägen Ja, darfst du Ja, spielt sie genauso Ich bin immer froh, wenn ich kein Jäger bin Willkommen im Club Ich kann mich nicht entscheiden, was ich sein möchte Ich auch nicht Alles rutscht Alles rutscht Oh, ein Jäger Ein Jäger Oh nein Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht Dass hier auch noch ein Jäger im Club Ich hätte mich mal so daran erfreut Dass ich diese Birne das Licht ein- und ausmachen kann Oh nein Dann hat es schon eins auf die Birne gekriegt Genau Aufsäbige Abfaller Kommt zu über Birne Da Wollte ich gar kein Jäger Nee, ich fand Ja Na ja Moment mal Moment mal Da ist doch keiner Ehe Ah, verdammt Ah, cool Mann Ich hab dich im Augenwinkel gesehen Wie du da an der Gasse Oh, eine Bank Eine Bank Warte mal Jetzt ist da ein Stuhl Warte mal eine Bank Wo stehe ich denn jetzt eigentlich Ähm Ach, verdammt, ey Alter Ich hab's voll hochgeweht Hochgeweht Ja, ich steh da oben Und Darf sie jetzt vorzuweiten? Nur noch für zwei Mal gucken, wie lange Ich hab Angst Boah, ich krieg ja voll den Rauch ins Gesicht Oh, wir sind da jetzt wieder fällig Ach, nur ein tollkörper Bäh Miss Pinky Nein Leute, hört mal auf Nee, nee, ich war das Oh Gott, ich bin ja jetzt so ein komischer Öddel-Doddel hier Ach, du meinst Wir haben noch zwei Minuten Wir verfehlen noch Pinky, oder? Nee, Sumi sah noch nicht, oder? Doch, ich bin Boah, ich hab' die Haunbau Okay Schon abgefertigt Sehr nett Ich hab' das denn gar nicht mehr, wo man hier überhaupt suchen soll, ey Vielleicht im Haus Oder auf dem Haus Vielleicht Oder was? Moment Moment War doch was Nein Jawohl Nee Hier muss irgendwo in der Nähe Oh, nee Das ist dann lustig Einer schießt auf irgendwas Das stimmt inzwischen schon wieder woanders hin Ja, vielleicht Vielleicht aber auch nicht Was für eine Akete da oben Nee, wie so Verdammt Wirklich, aber auch nicht, ne? Echt, ey Ich kann nicht die überachten Besuch' dich jetzt Oh mein Gott Irgendjemand war wohl nah dran Ich passier' nirfe Geräusche gerade Da, da, da Irgendwo Irgendwo Verdammt Verdammt Da ist so ne Strohballe Da ist er Da ist er Ach, die Bücherei ist echt schrecklich, ey Die ist nicht groß Die Map Oh, seitdem bin ich eine Hexe Das war gemein Ich weiß Wie kann man das hier nochmal alles einstellen? Ich seh' hier immer nur die blöde Hand Von dem Pugel Mit Tee Mit Tee Was redest du eigentlich mit uns? Ich redest ja nicht mit euch Ich redest ja mit Zubau in meinem Gesicht Ich hab' ein frisches Headset Ich darf das Da war was Genau, jetzt kannst du mal aufs Headset ein Headset schreiben Das ist mein Headset Ich kann da nix für Genau Ich bin nicht schuld Oh, sieh' noch tatsächlich noch ein paar im Haus Äh, ja Mofi ist ja auch noch im Haus Das macht ja nix Nein Die ist harmlos Geht so, ne? Ja, 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 ja Ich muss jetzt mal eben weg Ich muss die frische Luft schnucken Zwei Minuten noch echter Ja 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 Du bist ein dummes Huhn. Du bist ein dummes Huhn. Du bist ein dummes Huhn. Was ist das denn? Ach du hast es angemacht? Ach okay. Das ist ja lustig. ich kann ich mich hier auch hinsetzen und warten dass die zeit vielleicht laufen wir jetzt zufällig sogar ich will nicht zu überhören das ist bei mir total was kann man denn als klohäuschen so machen zack ist die laterne weg wollte ich mich gerade in eine miss pinky verwandeln aha da war die laterne weg ja wer jagt denn da so spät durch nacht und weht ich bin es nicht ich war oh Oh, du Scheini, diese ... Wer ist das denn überhaupt? Lexi. Ah. Ey, Mann, ey, bleib stehen. Noch ein Auer. Bleib sich steht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ey. Feiße. Verdammte. Letzten Worte hihihi. Verdammt. Meine XP aus den Augen verloren. Die XP in den Augen. Ich bin hier. Ich bin echt, ey. Weiß ich nicht, irgendwas. Läff einfach von mir weg hier. Frisch bin ich heute. Ah. Aua. Bist du auf deine Leiter vor mir weg? Die trifft man aber besser. Ich weiß. Äh. Lexi. Ein Eimer fliegt durch die Gegend. Oh nein. Alter dich. Alter dich. Alter dich. Alter den Dieb. Fake News. Fake News. Mit zwei, Manu, wir kriegen den nicht so richtig wahr, oder? Ich find das ziemlich wahr. Ah, Alter. Echt, ey. Puh. Nein, nein, nein. Komm, nein. Das ist gemein. Was? Das ist nix gemein. Was hat der denn? Oh. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Er hat sich wegkatapultiert hier. Da, da ist der Gemuss. Da ist was. Wo denn? Hier hat das Huhn angeschlagen. Huhn? Wo denn? Wo ist sie? Hier, hinterm Baum. Oder? Doch. Komm, komm. Komm sie her. Kommen sie mal her. Äh. Ja! Das liegt direkt in die Kiste. Hahahaha! Hahaha! 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 Scheiße! Das ist so schön! Ne? Sie hat jetzt wirklich gekannt. Und er hat es nicht geredet. Hahaha! 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 Untertitelung des ZDF, 2020